Naja... Funktionen kann man dann eben auch irgendwie erstellen mit Anweisungen, keine Ahnung... Block... ne Blockpalette der Kategorie Steuerung... Ist so ein Schwachsinn hier... Ach, Alter... Mulde! Oh, Alter, wird mir doch dumm! Oh... Was ist das? Territorium, er hat es für sich erobert... Achja, hier, sowas könnte man dann auch nochmal machen, ja, das mache ich gleich mal... So sieht das dann aus, wenn man dann mal eine richtige Aufgabe macht oder so... Alternativanweisungen... Keine Ahnung, ich schließe das mal, sonst schlafe ich hier noch ein... Ja, Registrierkarten schließen... So, was wollte ich? Achja, genau... Also, If... Da können wir jetzt mal ein bisschen übertreiben, da wird es zwar zu Frame-Eingrühren kommen... Aber das ist mir jetzt mal herzlich egal... So, komm, machen wir das hier mal so... Damit wir schön viel Platz haben... So, eigentlich zweimal Not, äh... Ist genauso wie einmal Ja... Deswegen... So, jetzt sieht man schon hier, dass die Frames, die gehen nach unten... Sie steigen in den Keller... Das kennen wir ja von Minecraft oder so... Wow... Ach, wie schnell die in den Keller steigen hier... Wenn ich das jetzt lösche... Sind sie wieder oben... So, siehst du, jetzt ist wieder alles gut... Können wir mal eine neue Funktion erstellen... Zum Beispiel... Müll... Oder... Trash... Oder... Wie nennen wir es mal... Ähm... Shit... Auf... 2011... Ne... So... Ja, das... Das geht auf jeden Fall... So, pfff... Was soll ich jetzt machen? Ich mach einfach nochmal irgendwas hier... Da können wir jetzt hier auch, äh... Sowas irgendwie machen... Also irgendwelchen Müll mach ich jetzt hier... Ich werde jetzt hier nichts Ernsthaftes machen, weil... Das ganze Programm... Das, äh... Das ist sowieso nicht ernsthaft hier... Das ist alles... Ach, ich weiß auch nicht... Gibt's keine Worte für hier, ne... Na... Geht das mal ineinander hier... Da können wir ja noch... So... If not... End... Ober... Also kann man wirklich alles hier zusammen... Machen... Ja, und... Das ist richtig geil, das Programm... Da kannst du alles machen... Guck mal hier, das passt nicht mal aneinander... Das ist ja super... Muss da auch noch puzzeln, ne... So... Ja, pfff... Keine Ahnung... Mal sehen, was er jetzt macht... Das würde mich jetzt mal interessieren... Ich mach einfach irgendwas... So... Pfff... Dann nehmen wir uns mal hier... If falls... If falls... Why falls vor allem... Also... Ich weiß auch nicht... Ja, dann macht das mal nichts... Also... Das hier, so ein langer Rattenschwanz bewirkt also, dass er nichts macht... Ja, das ist sehr sinnvoll... Achso... Achso... Ich hab das hier rein... Ja... Hätte ich mal hier rein machen müssen... Ja... Ich bin auch... Der schlauesten Einer... Äh... Hm... Ich würde mal sagen... Als Bild speichern... Ja, das... Das speichere ich mir jetzt als Bild... Druck es aus... Und häng's mir in die Wand... Also wirklich... Aber unbedingt... Vor allem als GIF-Bild, ne... GIF ist ja auch immer so richtig gut... Also da sieht man schon mal, dass das überhaupt... Keine Qualität hat hier... So... Ihr merkt schon... Ich lass mich nur darüber aus... Also... Äh... Dies... Äh... Dass er keinen Respekt verdient... Simulation... Einen Schritt weiter... Oh... Ablaufverfolgung aktiv... Ja... Müssen wir unbedingt haben... Äh... Was ist das... Aha... Das sind die Credits... Die lang angekündigten Credits hier... 2.1... Soll es... Damit wurde das erstellt... Ja... Da wissen wir ja schon... Gegen wen wir vorgehen müssen... Ähm... Speichern unter... Laden... So... Da gibt's nichts... Ich denke... Das hier ist immer noch der sinnvollste Knopf... Also... STRG plus Q... Ja... Ist ganz gut... So... Ihr könnt mir ja mal eure Meinung schreiben... Oh... Ich... Ja... Ich bin ja noch gar nicht fertig... Wir müssen ja noch einen Part machen... Ich wollte nämlich drei Parts machen hiervon... Aber... Nach elf Minuten... Weiß ich noch nicht... Äh... Weiß ich nicht mal... Was ich machen soll... Ihr könnt mir jetzt auch schon mal schreiben... Was ihr davon haltet... Also... Ich halte gar nichts davon... Vielleicht findet's ja der eine oder andere besser... Aber... Ich denke mal... Mir wird jeder... Ich hoffe mal... Mir wird jeder zustimmen... Ja gut... Man weiß ja nie... Also... Aber wenn er sagt... Das ist... Das ist was Gutes... Oder was Ordentliches... Dann schreibt es bitte auch... Begründet... Ähm... Ach... Komm... Dann schreibt es... Ja...